Australien, welch teuflische Entartung. Und in diesem Jahr dürfte das etwas ganz einzigartiges werden für Klein McGee. Weil er am Weihnachtstage aus dem Gefängnis von Banyan auf den Platz gebracht wird, um dort selbst durch den Strand zu sterben. Ich habe ihn da ein Angebot zu machen, Charlie. Dass ich meinen Bruder umbringe. Ich möchte, dass sie ihn umbringen. Mir ist zu Ohren gekommen. Sie hatten Charlie Burns schon. Und haben ihn laufen lassen. Du lieber Himmel auch, da ist einer von den Toten auferstanden. Mir ist zu Ohren gekommen, sie hätten ihm einen Handel angeboten. Herr Burns muss man zur Strecke bringen. Die Mann hier. Die Schwarzen halten ihn für einen Geist. Kann ihn nicht töten oder gefangen nehmen. Charlie Burns wird bestimmt versuchen, Klein McGee vor dem Strick zu bewahren. Willst du nicht wissen, warum ich zurückgekommen bin? Ach, das wüsste ich sofort, Charlie. Für all das, was uns heute beschert wird, möge dem Herrn Dank und Lob sein. Sie hängen Mikey auf an Weihnachten. Bruder! Bezeih mir bitte. Ich wollte dich beschützen. Wenn Sie schon einen umbringen. Eins! Machen Sie es richtig und bringen Sie alle um, verstanden? Zwei! Sie war meine Freundin! Ihr Bruder hat die Absicht, sie zu töten. Halt mich doch einmal auf. Shh, sie hat Dinge zu töten. Untertitelung des ZDF, 2020